Ja, dann einen schönen guten Morgen an alle Teilnehmer zum heutigen Webinar mit dem Thema Isinga 2, Enterprise Monitoring Umgebung. Und heute machen wir ein bisschen was anderes von der Präsentation. Ich werde ganz kurz nur Netwebs vorstellen, wer wir sind, was wir machen. Und dann werde ich direkt auf die Live-Demo eingehen. Und zwar werde ich heute mal zeigen, was man mit Isinga alles machen kann. Vom Thema Dashboards her, wie man andere Systeme dann mit integrieren kann noch einfach mit ein paar Möglichkeiten. Und zum anderen dann auch so das Thema Grapping anschneiden, Reporting anschneiden und auch Elastic hinten dran. Zu Netwebs an sich, wir sind Open-Source-Dienstleister mit aktuell 54 Mitarbeitern am Standort Nürnberg und konzentrieren uns schwerpunktmäßig auf Open-Source-Systems-Management und Data-Center-Solutions. Was heißt, wir versuchen, soweit es geht, alles mit Open-Source-Technologien abzubilden, aber in dem Zusammenhang natürlich auch entsprechende Schnittstellen zu schaffen, dass man hier beispielsweise auch andere Systeme integrieren kann, was wir auch heute in der Demo mal kurz sehen werden dann. Wir haben dann diverse Produkte natürlich im Einsatz. Neben Isinga auch das Thema Config-Management ganz wichtig mit Puppet und Ansible hier. Auch ein Zusammenspiel mit Formen dann für Lifecycle-Management. Elastic und Greylock für das ganze Log-Management hinten dran, wo wir heute auch mal ganz kurz auf den Elastic-Stack dann eingehen. Open Nebula für das ganze Thema Virtualisierung. Barrios dann für Backup und Graphite dann noch für grafische Performance-Daten einfach. Wir haben auch diverse Kunden, auch größere, sag ich mal, wo man den einen oder anderen sicherlich kennen wird. Gerade im Monitoring- und Configuration-Management-Bereich, aber auch immer mehr im Elastic-Bereich dann, beziehungsweise jetzt im Greylock-Bereich, haben auch ein eigenes Rechenzentrum, beziehungsweise zwei Rechenzentrums-Standorte, wo wir Umgebungen hosten können, wo wir auch eine eigene Plattform anbieten, die NBS-Plattform, wo man auch relativ schnell, beispielsweise Nextcloud, Isinga 2 Satelliten etc. reinnehmen kann, um schnell zu arbeiten, beziehungsweise ein Toolset bereitzustellen. Wir sind sehr stark in der Community aktiv, das heißt, bei uns wird alles in der Regel wieder als Open Source veröffentlicht, sei es jetzt entweder auf unserem eigenen Git, auf Gitnetways.org, auf Isinga Exchange oder dann über das Isinga-Projekt dann direkt, weil natürlich sehr viele Kollegen von uns oder von mir besser gesagt auch am Isinga-Projekt beteiligt sind und da viel am Core arbeiten, viel im Webarbeiten, aber auch im Plug-in-Bereich, der sehr viel kommt und wir natürlich da auch das ein oder andere Kundenprojekt dann immer haben. Das heißt, dass beispielsweise dann ein Stück Hardware etwas überwacht werden soll, was in der Regel auch wieder als Open Source veröffentlicht wird, sofern es nicht unter irgendwelche NDAs von Seiten des Kunden fällt. Wir bieten dann in dem Zusammenhang auch Schulungen an, das heißt, einerseits Basisschulungen für das Thema Isinga, dass man einen Einstieg findet, aber auch erweiterte Schulungen, wie man das Tool dann noch besser nutzen kann, beziehungsweise gerade auch mit dem Director dann viel mehr machen kann, bieten für das Thema Config Management, also für Ansible, Puppet, Trade-Links an, aber auch für das Thema Log-Management, Graphing für die ganzen, ich sag mal Hipster-Tools wie Docker und so weiter, wo man einfach dann eine Basis dann bereitstellen kann, um hier jedem die Möglichkeit zu geben, das selber bei sich zu implementieren, beziehungsweise auch im Konzern dann auszurollen und da auch dann Erfahrungswerte zu sammeln. Lange Rede, kurzer Sinn von der allgemeinen Präsentation, ich würde sagen, wir gehen mal ganz kurz auf die Demo dann und ich gebe mal ganz kurz einen Überblick, was man mit Isinga 2 jetzt eigentlich alles machen kann und wie so ein System ausschaut. Das ist erstmal die Einstiegsmaske, die vielleicht jeder kennt, das heißt, ich habe hier jetzt mein Isinga 2 Dashboard, ich habe hier ein Isinga-System mit einem Cluster, also zwei Knoten und entsprechenden Agents installiert, das heißt, ich sehe hier erstmal eine Übersichtsseite, dass ich momentan irgendwie, ja, ein paar Problemchen hier habe. Was habe ich für Probleme? Ich sehe meine Platte hier vom Isinga 2A, die wird langsam voll, beziehungsweise schreibt mir hier ein Warning raus, ich sehe hier oben, ich habe irgendeinen kaputten Performance-Counter-Check, den ich von meiner Windows-Umgebung überwache, mein Apache-Prozess, die sind relativ hoch von meinen Web-Servern und hier unten meine Temperaturüberwachung schlägt mir auch eine Warnung, dass es irgendwo zu warm ist, beziehungsweise die Luftfeuchtigkeit zu hoch ist. Das heißt, das ist schon mal ein sehr schöner Aspekt von Isinga, dass ich relativ fix sehe von meinen Plugins her, vom Output her, was ist eigentlich gerade in meiner Umgebung los? Ich sehe auf dem Dashboard erstmal, okay, was habe ich aktuell für Probleme, die alle neu sind, die ich hier dann aufgelistet habe, erstmal mit Top-Priority-Probleme, dann sehe ich hier unten einfach, da geht es dann weiter mit Services, die sich zuletzt erholt haben dann, beziehungsweise hier unten dann nochmal Probleme, wo sich momentan noch niemand darum kümmert, was jetzt aktuell die gleiche Ansicht ist, wie hier oben. Jetzt, wenn ich hier zum Beispiel mal draufgehe, und sage, ich möchte das Ganze acknowledgeen, das kann ich relativ einfach machen und sage hier einfach, kümmere mich darum, sage das Ganze, dass es ein Persistent Comment sein soll, das heißt, dass der Kommentar auch längerfristig bestehen soll, einfach als auch, nachdem sich das Problem wieder erholt hat und kann hier auch noch ein Expiration Date setzen, das heißt, dass per Default nach einer Stunde wird praktisch das Problem dann wieder neu eskaliert, beziehungsweise neu alarmiert. Wenn ich es jetzt acknowledgee, dann schalte ich alle Alarmierungen ab, es wird mir hier oben auch in dieser Ansicht, wird es auch bleiben. Jetzt gehe ich auf acknowledge problem, dann sehe ich hier, dieser Balken hat sich erstmal verkleinert und hier rutscht das Ganze erstmal nach unten, weil es jetzt kein Top-Priority-Probleme ist. Hier ist diese Sortierung, nämlich alles, was neue Probleme sind, wird hier erstmal als Priorität 1 angezeigt und alles, was in Bearbeitung ist, sprich, wo hier einfach so ein kleiner Bubble hier dann ist und hier unten dieser Haken einfach ist, für acknowledged, heißt dann, da kümmert sich jetzt jemand drum, das heißt, da muss ich erstmal keine Gedanken dran verschwenden. Und hier sieht man auch, der Stein hatte gerade geschrieben, kümmere ich mich drum vor 34 Sekunden. Jetzt ist es natürlich so, dass ich mir diesen Standard-Dashbots schon das ein oder andere abdecken kann, aber ich möchte natürlich auch eigene Dashbots dann erstellen, mir eigene Ansichten dann bauen, vielleicht auch für die Geschäftsführung Dashbots einfach haben, dass ich, sage ich mal, da sehr schnell einen Überblick verschaffen kann, wie geht es denn meine Umgebung. Das kann ich hier machen, bei Ishinger 2 Overview habe ich das zum Beispiel gemacht, da habe ich erstmal alle Ishinger Services reingepackt, wie es denen gerade geht. Da sieht man hier auch der 2A, der hat momentan, wie gesagt, die Disc, also die Festplatte, die langsam vollläuft hier unten und hier haben wir dann noch den Business-Prozess einfach dann, wo ich mal draufklicken kann, wo ich dann sehe, okay, wie geht es denn insgesamt dieser Instanz. Da sehe ich hier auch schon, okay, ich habe zwei Knoten, denen geht es eigentlich allen beiden relativ gut. Kann ich hier auch draufklicken, da komme ich direkt zum Business-Prozess-Modul und sehe dann auch, okay, momentan laufen die beiden, aber das ist ja auch nur zum Teil wahr. Da springe ich jetzt auch gleich mal ein bisschen weiter von den Masken einfach dann her, weil ich von jeder Maske in die entsprechenden Tools dann reinkomme und kann hier sagen, jetzt, okay, Ishinger 2 A-Hells, das passt nicht. Das ist jetzt vielleicht aus Admin-Sicht, weil ich sehe, ich habe einen Disk-Check, der ist momentan off-warning, wieso ist denn dieser Prozess gerade grün? Der darf nicht grün sein, weil eben der Disk, die Disk ja eben ein Warning schmeißt und da kann ich jetzt hierher gehen und kann einfach sagen, Unlock, also dass es nicht mehr gesperrt ist, die Maske, sage Add und füge hier jetzt einfach einen neuen Service hinzu, dann kann ich das nämlich gleich ändern und sage hier einfach, ich nehme den Disk-Check mit rein, Submit, gehe auf Store, speichere das Ganze und jetzt sehe ich schon, okay, mein Monitoring-Status hat hier einen gelben Service. Jetzt, wenn ich hier draufgehe, sagt er, ah ja, okay, der ist jetzt 2 A, der ist jetzt gelb, so wie es sein soll, weil der Disk-Check hier jetzt tatsächlich einen Warning schmeißt. So kann man relativ fix, war jetzt zwar ein interessanter Sprung, aber so kann ich relativ fix auch Änderungen an meiner Islinger 2 Umgebung machen beziehungsweise an meinen Prozessen machen, indem ich einfach mich relativ nahtlos durch diese Masken durchbewege und sofort sehe, okay, da habe ich ein Problem, da habe ich was vergessen und das einfach, und das kann ich dann auch einfach dann gleich ändern. Beim 2 B hier ist der Disk-Check zum Beispiel drin, da habe ich ihn drin gelassen, beim 2 A hat er einfach bewusst gefehlt, weil ich da einfach diese nahtlose Integration einfach mal zeigen wollte. Jetzt habe ich aber natürlich nicht nur Islinger 2 Stati, das heißt, hier unten sehe ich jetzt auch diesen gelben Service dann, dass hier ein Problem gerade ist, was das Thema hier einfach ist, dass hier ein Warning ist, das zeigt er mir hier unten auch an, dass jemand Prozess momentan ein Problem hat. Das Ganze kann ich aber auch beispielsweise für meine Virtualisierungsinfrastruktur machen, dass ich mir alle Services, die auf meinen ESXi draufgehören, beziehungsweise davon abhängig sind, beziehungsweise die ich checke, dass ich die auch mal prüfe und sage, okay, wie sieht es denn da eigentlich aus? Da könnte ich jetzt auch einen Business-Prozess dann zum Beispiel bauen, wenn ich mehrere Instanzen hätte, ich habe jetzt hier nur einen, da macht es dann relativ wenig Sinn, aber da kann ich hier zum Beispiel hergehen und sehe zum Beispiel 90% Memory Usage. Das kann jetzt okay sein, das kann zu viel sein, das heißt, da kann ich ihm auch jetzt hergehen, du könntest die Performance-Daten einfach dann ändern, wenn ich wollen würde, dass man da einfach relativ, ja, die Daten einfach richtig hält. Bei Problemen, Host-Problems habe ich momentan keine, gehen wir auf Service-Problems, da sehe ich jetzt zum Beispiel alle Probleme, die ich aktuell habe, das heißt, alles was momentan sowohl neue Probleme sind, als auch unbearbeitete Probleme, wie gesagt, unbearbeitete Probleme, bearbeitete Probleme werden hier unten angezeigt, alles was Neues dann als Prio 1, da kann ich dann auch relativ schnell filtern und kann zum Beispiel sagen, ich möchte alles rausfiltern, wo der Host AKCP heißt. Das heißt, dann nehme ich die hier mit rein, habe jetzt hier drei neue, oder drei Services gefiltert einfach, kann diesen Filter hier oben auch dann einfach wegschmeißen, dann zeigt er den mir nicht mehr an und kann das Ganze auch wieder relativ simpel in den Dashboard reinpacken, kann sagen AKCP, ich möchte ein neues Dashboard haben und möchte zum Beispiel sagen, das heißt Environment Monitoring, also Umwelt Monitoring. Dann habe ich hier oben diesen neuen Punkt und sehe jetzt hier diese drei Services einfach von AKCP, die jetzt momentan einfach ein Problem haben. Das heißt, so kann ich relativ schnell, relativ einfach mir eigene Dashboards erstellen, ich kann auch hergehen und kann sagen, mich interessiert diese ganze Ansicht hier, die hätte ich jetzt gerne, aber ohne Acknowledgede Probleme. Das heißt, so immer Service Acknowledged gleich null, das heißt, ich möchte alle neun haben, ich möchte nicht die Acknowledgeden haben und dann kann ich jetzt zum Beispiel auch sagen, ich füge das Ganze zu einem Menü hinzu und sage, okay, Unhandled Services, schreibt man das so? So schreibt man es glaube ich. Kann das Ganze auch teilen, das heißt für andere User bereit zur Verfügung stellen, dass die das auch sehen können. Kann sagen, ich möchte einen Menüeintrag, kann das Ganze auch auf eine Host- oder Service-Action draufpacken, das heißt, bei Host- oder Service-Objekten verfügbar machen, gehe auf Menu Entry und sage, Target wäre Single Column, dann die URL hier einfach. Hier könnte ich jetzt noch ein Icon angeben, ich kann mir nur leider die Icons nie merken, wie die Namen sind und gehe jetzt hier einfach auf Save Changes und dann habe ich hier unten jetzt Unhandled Services und wenn ich jetzt hier draufgehe, dann kommt hier rechts diese Ansicht dann einfach. Und das könnte ich jetzt hier auch wieder unter Menüpunkte dann hinpacken, dass ich hier sage, Custom Menu 1 mit einer Übersicht und dann noch weitere Unterpunkte. Das heißt, so kann ich relativ fix auch das ganze Webinterface erweitern, in Anführungsstrichen, ohne dass ich irgendwie was im Code ändern muss und ich kann das alles über Bordmittel dann gleich machen. Was ja sehr spannend gerade ist, wenn man auch Update Safe natürlich sein möchte. Was dann auch nochmal ganz spannend ist, ist das Thema Service Grid. Hier sieht man zum Beispiel dann, dass ich momentan ein paar Problemchen habe. Da sieht man auch hier zum Beispiel, dass meine AKCP ein kleines Problem haben. Das heißt, was hier immer spannend ist, ich sehe hier links, in der linken Spalte, sehe ich alle Hosts und hier oben sehe ich dann alle entsprechenden Services. Das heißt, wenn ich jetzt hier 10 Apache Server habe und alle 10 Apache Server hätten beispielsweise beim Apache Dienst ein Problem, dann würden hier entsprechend diese Warning oder Critical Böbel auftauchen. Was dann heißt, dass man sehr schnell hier erkennt, wo habe ich welche Gemeinsamkeiten auf meinem System, wo muss ich vielleicht interagieren, damit ich, muss ich die Config anpassen, muss ich meine Web-Server irgendwie neu konfigurieren, damit hier das einfach sauber funktioniert beziehungsweise mein Monitoring da kein Problem mehr hat letztlich. Wenn ich jetzt dann hier noch auf die Overview gehe, so Technical Overview, sehe ich natürlich mal ganz grob, wie viele Hosts habe ich insgesamt, wie viele Services habe ich, wie viele sind in den unterschiedlichen Stati. Ich kann dann hier auch gucken, wie viele Hosts und Services habe ich insgesamt verfügbar. Das heißt, hier sind dann auch die Okay-States schon mit beinhaltet. Ich sehe meine Kontaktgruppen und Kontakte beispielsweise. Das heißt, wer kriegt wann, also wer wird wie beispielsweise alarmiert. Moment, der wird gar nicht alarmiert hier. Der hat, glaube ich, ein paar Alarmierungen gekriegt. Wo er sich dann die Informationen rauszieht, welche Alarmierungen hat denn der einzelne User zum Beispiel gekriegt. Das heißt, wenn man im Bereitschaftsdienst morgen sagt, um Himmels Willen, ich habe heute Nacht 100 E-Mails gekriegt oder 100 SMS gekriegt, kann man hier nachvollziehen, wofür hat er Benachrichtigungen gekriegt. Passt hier meine Alarmierungsregel, muss ich da irgendwas anpassen beziehungsweise muss ich vielleicht die Schwellwerte auch ändern. Und welchen Grund hat er das Ganze? Comments, Downtimes kann ich mir auch angucken. Da sieht man hier auch zum Beispiel den Kommentar, den ich gerade gesetzt habe vor neun Minuten. Mit dem kümmere ich mich darum beim Apache-Service. Das kann man hier sich anzeigen lassen. Ich sehe hier auch die Downtimes, die gesetzt sind. Also ich kriege sehr schnell erstmal eine absoluten Basisübersicht, wie geht es meiner Umgebung eigentlich. Und dann kann ich hergehen und kann das Monitoring natürlich noch erweitern, beispielsweise mit Business-Prozessen, wo ich ja schon mal draufgesprungen bin, dass ich zum Beispiel hergehe und sage, jetzt hier muss ich mit TreeView einfach, und sage, ich packe einzelne Service dann über das Business-Prozess-Modul, was ich dann relativ schnell installieren kann, was einfach ein Modul ist, was ich direkt dann nahtlos reinhänge, wo ich den Quellcode nicht ändern muss vom Issinger Web 2, sondern ich habe ein Modules-Directory, wo ich alle Module einfach reininstalliere. Das mache ich einmal auf der Kommandozeile dann und dann habe ich es hier gleich verfügbar und kann es hier dann auch gleich konfigurieren. Und dann habe ich jetzt beispielsweise im Business-Prozess-Modul mir so einen Prozess gebaut, dass ich sage, mein Monitoring-Status hängt von meinem Status vom ESXi-Node ab, er hängt vom Issinger 2-Cluster-Status dann ab, wo man hier auch sieht, es fehlt hier auch wieder der Disk-Check einfach dann, das heißt, den kann ich auch relativ simpel dann wieder mit reinnehmen. Wenn ich hier mal draufklicke einfach, dann kann er, nein, da nicht, hier unten muss ich draufklicken auf Add, dann kann ich jetzt hier sagen, okay, dann sehe ich hier erstmal eine komplette Übersicht, welche Services sind denn gerade drauf, dann füge ich nochmal ein Service hinzu, E-Singer 2a, meinen Disk-Check einfach, gehe auf Submit, dann sehe ich hier auch, momentan hat er ein Pending-Change, das hat er vorhin auch, da bin ich dann auf Store einfach gegangen, das heißt, momentan ist das nur innerhalb von meinem Browser-Tab im Cache hinterlegt, das heißt, wenn ich jetzt auf Store gehe, erst dann schreibt er es tatsächlich auf die Platte. Wenn ich das jetzt mache, dann sehe ich hier, wie das Ganze heißt, ich könnte Beschreibung noch hinzufügen, dann welches Backend er nutzt, etc. Gehe auf Store, wenn ich das Ganze jetzt nochmal mir anschaue, dann sehe ich, jetzt habe ich hier den Disk-Check auch drin, und jetzt zeigt er mir hier auch an, dass der 2a zwar im State Warning ist, aber der 2b in Ordnung ist und da nur einer von beiden Knoten laufen muss, ordnungsgemäß, ist mein Cluster-Status okay, weil ich habe zwei Knoten, einer davon läuft, passt, ich müsste mich hier halt nur, wie gesagt, dann darum kümmern, dass halt die Platte dann auch nicht mehr voll läuft, beziehungsweise die Platte auch leer ist, damit ich da in keine Probleme reinlaufe. Das gleiche gilt für die Datenbank, die habe ich auch noch mit reingenommen als Check. Um sicherzustellen, dass die Datenbank überhaupt da ist, weil es natürlich auch Bestandteil meiner Monitoring-Umgebung ist. Und so kann ich zumindest einzelne Prozesse zu größerem Prozessknoten dann zusammenfassen und habe dadurch dann den Vorteil, dass ich auch schnell, sage ich mal, Gemeinsamkeiten erkennen kann, aber natürlich auch sicherstellen kann, dass wenn ich 10 Web-Server habe und einer davon bricht mir weg, dass ich auch dann in meinem Reporting für den Kunden beispielsweise sagen kann, was soll's, ein Apache-Server war weg, aber deine ganze Umgebung war ja verfügbar, du hast keine Ausfälle dadurch erlitten. Und das kann man auch natürlich wieder monitoren. Da habe ich hier mal, über die Suche hier oben, gebe ich jetzt einfach mal BP- ein, da habe ich nämlich so einen Business-Prozess-Host mal angelegt und da gibt es hier nämlich jetzt einen Check, der mir ausliefert, dass mein Isinger 2 Monitoring-Status okay ist. Das heißt, diese einzelnen Prozessknoten, was man jetzt gesehen hat, mit Isinger 2a-Status, Isinger 2b-Status, Cluster-Status an sich, die kann ich auch wieder von Isinger monitoren lassen und kann mir dann hier auch dann ein Output geben, ob die verfügbar sind oder nicht. Das heißt, wenn da jetzt der Cluster-Status ein Problem hätte, dann würde auch dieser Check hier ein Problem haben und das kann ich auch wieder in einem Reporting dann widerspiegeln und kann dann auch sicherstellen, dass ich auch entsprechend alarmiert werde, einerseits, wenn ich natürlich ein Problem habe, zum anderen aber auch, ich diesen Wert mit ins Reporting aufnehme, dass ich dann beispielsweise meine 100% oder 99,9%ige Verfügbarkeit dann dem Kunden über gewährleisten kann. In der History sieht man noch so ein bisschen so Event-Grid-mäßig und so weiter, welche Events es alles gab beziehungsweise welche Möglichkeiten man dann hat. Das dauert hier, wie gesagt, ein ganz kleines bisschen, weil die Datenbank ein bisschen unterdimensioniert ist, sagen wir es mal so, aber hier sehe ich relativ schnell, wie viele Events gab es an einem bestimmten Tag oder an bestimmten Tagen und je kräftiger dann diese Farbe hier leuchtet, desto mehr Events hatte ich dann, da kann ich dann durchgehen und sehe hier dann zum Beispiel, okay, wir haben hier ein paar Events dann, dass mit der Datenbank irgendwas nicht gestimmt hat, dass eine hohe Anzahl an Verbindungen einfach da war, dass die Pings nicht sauber durchliefen und dann kann man vielleicht auch erkennen, wenn ich irgendwo eine Wartung mache von Netzwerkkomponenten, dass vielleicht auch einfach dann das Netzwerk beeinträchtigt war und deshalb dann ich eine sehr hohe Anzahl an Packet-Loss habe. Also so kann man auch wieder Rückschlüsse über Verfügbarkeiten aufgrund von irgendwelchen Wartungsarbeiten dann ziehen. Die Event-Overview, das geht sogar relativ schnell, da sehe ich alle Events, die passiert sind, das heißt, das sind jetzt beispielsweise die hier von heute, wenn ich noch weiter durchscrolle irgendwie, dann würde mir vermutlich dann auch noch die von gestern und so weiter anzeigen. Es ist ein bisschen was, was hier in meiner Demo-Umgebung einfach dann passiert, weil die Schwellwerte teilweise bewusst auch so gesetzt sind, dass ich auch relativ viele Events generiere, einfach, dass man auch ein bisschen was zeigen kann. Notifications ist das Gleiche. Hier zeigt jetzt erstmal nichts an, weil er in den letzten sieben Tagen keine Notifications rausgeschickt hat. Das hat er nämlich abgeschalten. Das einfach, weil ich eh keine Notifications brauche. Das heißt, er sendet ab sofort keine Notifications mehr. Das habe ich irgendwann mal im Juni abgeschalten dann. Timeline sehe ich dann, wie viele Events von einem bestimmten Typ gab und wie ist dann das Verhältnis zu einem Vorzeitraum. Das heißt, da sieht man dann in der Regel dann so Kringel außen rum beziehungsweise hier, dass sich die Anzahl verändert hat. Hier haben wir 55 Hardstates, hier haben wir 48. Jetzt zeigt er mir hier eben an, dass es eine Veränderung zum Vorzeitraum einfach dann gab, wenn er hier diesen Rand hier einfach dann rummacht. Also, dass ich jetzt weniger Events habe als vorher. Das ist einfach eine andere Ansicht in dem Zusammenhang. Auf den Director gehe ich bewusst übrigens gerade nicht ein. Da komme ich gleich noch drauf. Reporting an sich ist noch spannend. Das macht nur Sinn, wenn ich jetzt, ich sage mal, größere Umgebungen habe beziehungsweise sehr viele Custom-Variablen habe. Warum, werde ich gleich zeigen. Ich kann mit dem Cube nämlich nach Variablen filtern und kann dann schauen, welche Systeme habe ich denn, die auf bestimmte Filterkriterien matchen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Operating System gehe, dann sehe ich, ich habe zwei Systeme, die mit Debian 8 laufen. Ich habe einen Windows 2012, ein Windows 2012 System und zehn virtuelle Systeme, wo ich einfach auf Virtual geklickt habe, weil ich da kein Betriebssystem habe oder einfach keins gesetzt habe. Dann kann ich das Ganze jetzt noch weiter einfüllen. Dann kann ich zum Beispiel sagen, ich möchte dann von meinen virtuellen Maschinen die CPU-Kerne möchte ich dann noch haben. Dann sehe ich hier zum Beispiel, okay, ich habe hier Systeme mit zwei CPU-Kernen, mit sechs Kernen, vier Kernen und so weiter. Dann kann ich das noch weiter einfiltern und kann dann sagen, okay, jetzt möchte ich gerne hier den RAM möchte ich dann noch mit ausgeben einfach dann. Dann sehe ich, hier habe ich 8 GB RAM, 4 GB RAM und so weiter. Und so kann ich das Ganze jetzt sauber filtern und kann hier rechts, na nun, das sollte ja, ach so, Moment, das muss ich hier kurz anpassen. Das müsste gehen. Oder auch nicht. Ach nein, das muss ein Sternchen sein. Das ist noch ein kleines Encoding-Problem. Auf jeden Fall sehe ich jetzt hier zum Beispiel den einen Host, den Sales-Demo 2A, der auf diesen Filter matcht, nämlich, dass er sechs CPU-Kerne einfach dann hat. Wenn ich jetzt hier mehrere Custom-Variablen habe, mehrere Systeme habe, dann wird das natürlich viel, viel spannender, weil ich hier einfach dann ganz genau sehe, welche Systeme habe ich mit welchem Betriebssystem, welche Ressourcen haben die einzelnen Systeme und kann damit dann auch sehr schnell auf meine Systeme springen, um hier beispielsweise eine Aktion auszuführen, zu sagen, okay, ich habe hier ein CentOS 5 noch, das müsste ich vielleicht mal updaten einfach. Das heißt, dann kann ich mir das hier gleich aus dem Monitoring direkt rausfiltern. Oder wenn ich hier jetzt beispielsweise irgendwo 32 GB RAM und Arbeitsspeicher vergeben habe bei einer virtuellen Maschine, kann man halt drüber gucken, okay, brauche ich das hier eigentlich oder ist das relativ sinnfrei einfach von den Ressourcen her, weil ich Ressourcen verschwende dann. Und das Ganze kann ich auch wieder auf dem Dashboard packen. Kann hier sagen, ich mache ein neues Dashboard, nenne das einfach mal Cube und sage hier mal Cube Demo Add to Dashboard. Und jetzt habe ich hier hinten dann auch das Ganze wieder auf dem Dashboard drauf, kann das auch wieder zu einem Menüeintrag dann hinzufügen, weil dieser Cube bleibt immer nur so lange bestehen, wie ich innerhalb dieses, ja, dieser Ansicht einfach dann bin. Das heißt, der speichert erstmal nichts, sondern ich muss das entweder zum Menü hinzufügen oder zum Dashboard hinzufügen, damit ich diesen Filter einfach dann weiterhin verfügbar habe. Was dann auch noch ganz spannend ist, ist das Thema EventDB. Das heißt, hier kann ich erstmal relativ simpel SNMP Traps reinladen. Das heißt, wenn ich jetzt irgendein Device habe, irgendein Router, Switcher, die mir SNMP Traps schicken, dann kann ich die Richtung EventDB schieben, er schreibt es in eine Datenbank rein und kann das auch wieder überwachen. Das heißt, wenn ich irgendwelche Events habe mit Critical oder sonst was, dann kann ich darauf auch wieder alarmieren auf den SNMP Trap, dass ich, sage ich mal, zeitnah alarmiert werde, wenn der Router mir sagt, ich sterbe jetzt gleich, weil ich habe eine sehr hohe Load, dann schickt er einen Trap. Das Monitoring prüft eben entsprechend in der EventDB, gibt es bestimmte Einträge einfach, wenn ja, dann alarmiert er. Habe ich jetzt hier nicht, dass der Server, der Demo-Server mir SNMP Traps schickt, worüber ich ganz froh bin, weil das heißt, das funktioniert dann alles. Das sind hier einfach diese Beispiel-Demo oder diese Test-Traps einfach, die ich geschickt habe dann, um zu gucken, ob der überhaupt funktioniert. Sieht man auch hier IPMI Alert Configuration Test. So, was jetzt natürlich dann noch mit reinkommt, ist das Thema SNMP Traps. Das ist ein ganz schöner Übergang eigentlich zum Thema, generell das Thema Log Management. Wir haben für das Thema Log Management den Elastic Stack beispielsweise im Einsatz oder beispielsweise dann Grey Log. Was man jetzt natürlich mit diesen Tools machen kann, ist erstmal alle Events sammeln, auch SNMP Traps sammeln und die irgendwo hinschreiben. Was jetzt das Coole ist, dass ich natürlich einerseits hier von Logstash mit diverse Log-Einträge sammeln lasse, ich hier dann filtern kann, mir angucken kann, okay, wie geht es meinen einzelnen Diensten. Ich sehe auch hier beispielsweise vom Isinger Log. dass er hier irgendwas rein schreibt, das wird mit den File Beats hier dann alles dann gelockt. Das sehe ich dann hier und ich kann auch den Isinger Beat nutzen, der mir dann über die API beispielsweise von Isinger geht und mir alle Events, die Isinger ausführt, dann entsprechend loggt. Das heißt, ich kann hier auch relativ fix sehen, innerhalb von Elastic, was macht mein Isinger gerade für Aktionen. Das heißt, das kann ich bei einem Zwei-Knoten-Cluster, kann ich es auf einem laufen lassen, ich kann es auf beiden laufen lassen, das ist egal. Das ist einfach der Isinger Beat, der dann hier installiert ist, der über die API geht und sich über Event-Streams alle Informationen rauszieht und dann kann ich hier auch wieder zusätzlich Informationen verarbeiten beziehungsweise mir auch mal rausschauen, was macht mein Core, habe ich irgendwelche Probleme. Ich sehe hier zum Beispiel dann, dass ich hier das Path-Daten-Value geschrieben werde für, Moment, Checker, wo ist das? Ne, das ist es nicht, ich suche was Bestimmtes. Okay, das sind bloß die Graphite-Writer-State jetzt. Habe ich das nicht aktiviert? Oh, der hat nichts geschrieben gerade. Hier sehe ich zum Beispiel jetzt den Plugin-Aufruf. Das heißt, ich kann hier auch relativ schnell sehen, ohne dass ich jetzt ins Debug-Log oder irgendwo reingucken muss, welche Aufrufe macht er denn für diverse Check-Commands einfach dann. Das heißt, da kann ich hier mir einfach direkt live raussuchen und wenn ich irgendwo einen Fehler habe mit dem Check-Command, kann ich einfach in der Lastic reingucken und fülle mir das Ganze einfach raus und schaue, okay, wie macht er den Aufruf und wenn ich dann einen Fehler irgendwo gemacht habe, dann kann ich den immer noch anpassen, einfach. Das heißt, ich muss nicht mal mehr auf die Kommandozeile gehen, da irgendwas Debug-Log-mäßig anschalten, sondern ich sehe es wirklich hier gerade über das Web relativ entspannt und kann dann hier auch das Thema gleich debuggen. Win-Log-Beat habe ich auch mal mit reingenommen. Okay, da haben wir jetzt hier kein Event. Sekunde. Machen wir mal eine Stunde, glaube ich. Da müsste ich Events haben. Kann ich auch die Windows-Event-Log, kann ich auch gleich mit reinnehmen dann und kann das auch wieder beispielsweise monitoren dann natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwo einen speziellen Fehlercode habe, dann kann ich das auch wieder in Isink integrieren und kann sagen, gib mir alle Windows-Fehlercodes aus mit, keine Ahnung, mit dieser ID beispielsweise hier, die innerhalb der letzten Stunde passiert sind, alarmiert dann auch gleich entsprechend. Das kann man relativ simpel machen mit einer relativ einfachen, mit einem relativ einfachen Check-Command. Was ich jetzt auch noch zeigen will, weil man hat es hier auch gesehen, ich habe hier auch ein Elasticsearch-Plugin. Das ist momentan noch in Development, aber was ich hier mache, ich habe hier mal einen Apache-Log angelegt. Das heißt, ich kann hier auf meinen Elasticsearch filtern und kann mir bestimmte Events einfach raussuchen. Das heißt, was ich jetzt gemacht habe, ist, ich habe alle Apache-Logs einfach, die über den Filebeat gesammelt werden, werden jetzt gefiltert und ich sehe hier jetzt Response-Code 200, ich mache es mal zu hier und sehe auch die entsprechenden URL-Aufrufe einfach, auch welche IP-Adresse das dann war und kann dann hier auch beispielsweise wieder filtern und kann sagen, wo ist es, Response, ich suche mal nach 500. So, Namen-Taste aktivieren. Dann sehe ich hier auch jetzt hier Arrow 500 mit den entsprechenden Aufrufen gleich. Das heißt, so kann man auch wieder in Istinger Web zwei andere Tools integrieren mit relativ simplen Modulen einfach, die sich irgendwo hin verbinden, sich irgendwo Daten rausziehen einfach dann und mit diesen Daten kann ich dann auch wieder arbeiten. Ich kann mir das Ganze auch hier anschauen dann. Das heißt, welche Requests wurden dann geschickt, also welche Mess, wie sah das Log an sich aus, wie wird das Ganze dann gesplittet, etc. Und da kann ich auch wieder sehr schnell von anderen Tools mir Informationen holen, die wieder im Istinger Web dann anzeigen. Und das ist so ein bisschen der Vorteil von Istinger, dass ich wirklich sehr viel mit Modulen machen kann, sehr viel sowohl von extern mir holen kann in Informationen, aber auch wieder irgendwo hinschicken kann, weil Istinger da relativ offen ist. Gerade über die API vom Core selber oder vom Web 2 kann ich da die Integration relativ simpel gestalten. Und da kann ich jetzt nicht nur das Apache Log natürlich nehmen, ich kann da jeden beliebigen Filter jetzt einfach dann anwenden, beziehungsweise jede beliebige Message einfach mit hernehmen und habe das hier auch gleich dann mit einem Klick dann verfügbar und muss nicht mal das Frontend ändern. Es ersetzt jetzt nicht Kibana, weil dafür ist es nicht gedacht, aber es geht jetzt einfach so, um mal prinzipiell oder grundsätzlich Daten einfach anzuzeigen beziehungsweise bestimmte Events einfach zu hinterlegen. Was ich jetzt noch unterschlagen habe, ist das Thema Graffing. Das fällt mir gerade ein, weil ich es oben nämlich in der URL sehe. Ich kann natürlich auch grafen einfach mal nicht. Gucken wir hier, haben wir irgendwas? im Ping am besten. Habe ich hier natürlich dann entsprechende Grafen, was ich mir momentan mit einem Modul, was es gibt, was auch noch in der Entwicklung ist, wo ich mir relativ simpel mal Grafen anzeigen kann. Das heißt, wie ist meine Antwortzeit von meinen Systemen? Wenn ich dann mehr machen will mit Graffat beispielsweise, kann ich auch Grafana nutzen. Habe ich hier ein schönes Dashboard einfach dann, wo man sieht, wie ist die Temperaturentwicklung im Demoraum gerade? Jetzt so in den letzten Tagen, wo es dann mal 30 Grad gerne mal hatte, dann war es hier auch mal ein bisschen wärmer dann. Ich sehe die Diskauslastung gerade, ich sehe hier unten so Web Requests einfach und kann das hier auch wieder relativ simpel mir anpassen, kann mir hier eigene Dashboards bauen für eigene Grafen, kann mehrere Grafen übereinander legen. Das heißt, wenn das jetzt hier mal eine Web-Server wären von den HTTP-Requests, dann würde ich zum Beispiel sehen, okay, der hier, den ich hier habe, diese grüne, der macht vielleicht ein bisschen, oder braucht ein bisschen länger. Warum braucht er länger? Dann kann ich da auch wieder troubleshooten und kann mit den Daten dann wieder arbeiten und kann auch meine Infrastruktur gegebenenfalls optimieren. Das heißt, je mehr ich mit den Daten mache, je mehr ich daraus verarbeite, desto besser werde ich natürlich, weil ich hier dann schneller reagieren kann, wenn irgendwo ein Problem ist. Gut, was jetzt noch als letzten Punkt kommt, ich mache es extra als letzten Punkt, ist der Isinga Director. Hier ganz kurz, ich bin gerade nicht auf dem aktuellen Stable, sondern ich bin schon auf dem, ich bin auf einem anderen Branch, nämlich auf einem Development Branch. Das ist der nämlich, der für die Director Version 1.4 kommt. Wenn es jetzt irgendwo hier knallt oder ein Fehler kommen sollte, da wird noch dran entwickelt, da baut der Kollege noch gerade dran. Das heißt, wenn irgendwas nicht so hundertprozentig funktionieren sollte, dann hier bitte ganz kurz das verzeihen, weil wie gesagt, es ist ein Development Branch. Warum habe ich denn in den Development Branch genommen und es hat so zwei grundsätzliche Änderungen. Zum einen ist es so, dass das Ganze ein bisschen neu strukturiert ist, das heißt, ich habe Hosts und Templates jetzt erstmal sauber mit Kacheln dann getrennt. Das heißt, ich sehe hier relativ fix, wo ich hin möchte dann. Ich habe das hier oben zwar mit den Tabs auch noch, aber erstmal so als freundlicheren Einstiegspunkt ist das Ganze dann gedacht, dass es ganz sauber strukturiert ist. Diese Message Box hier unten zum Beispiel, die ploppt jetzt hier unten dann immer auf und stört nicht mehr, wenn ich hier jetzt mich hin, ja, hier durchklicke einfach, dann ändert die sich hier unten. Das heißt, die ploppt mich hier nicht mehr mittendrin einfach auf beziehungsweise ändert hier dann die, ja, die View hier in dem Zusammenhang. Was auch neu ist, das werde ich dann zeigen, ich hoffe, es funktioniert, ist einerseits, dass ich sehe, okay, wenn ich auf Templates klicke, auf welche Objekte werden Templates applied, da kann ich dann draufklicken und sehe dann die jeweiligen Hostobjekte dann, die einem Template zugehören, da kann ich dann auch draufklicken und kann die Einstellungen wieder ändern beziehungsweise kann hier zu sagen, okay, ich weiß vielleicht noch ein anderes Template dann zu. Wenn ich jetzt hier hergehe auf den, Moment, auf den Generic Host beispielsweise, dann sieht man schon, ich habe hier mehr Templates, die vom Generic Host einfach dann abhängig sind. Kann dann hier oben auch suchen, das heißt, ich kann alles, was Demo ist, kann ich mir dann rausfiltern oder eben alles, was Richtung Jasper geht, rausfiltern. Das heißt, ich habe hier dann nochmal die Möglichkeit, das Ganze auch einzuschränken. Das heißt, es ist ein viel, viel intuitiver vom Director her, was ich machen kann, und kann dann hier jetzt beispielsweise auch relativ einfach meine Jobs dann wieder bauen beziehungsweise auch Services hinterlegen. Das heißt, so Single Services, wenn ich die direkt auf den Host drauf packe, die sehe ich jetzt auch in dieser Ansicht hier. Das heißt, ich muss die nicht beim Host suchen, sondern ich kann hier auch direkt drauf und kann auch einen neuen Service einfach hinzufügen und kann den auf den Host dann einfach drauf packen. Das heißt, da hat sich sehr viel getan, da wird auch noch einiges kommen dann für die Director Version 1.4, aber das nur so grob am Rande einfach. Das viel spannendere Thema ist eigentlich so das Thema, oder zwei Themen, ist das Thema Import Ressourcen. Und zwar gibt es ein neues Modul, um Daten zu importieren, nämlich direkt aus einem ESXi Host. Das heißt, ich kann direkt aus VMware, kann ich künftig mit Daten importieren. Eine Frage haben wir, wann wird die Version 1.4 in etwa veröffentlicht? Das kann ich nicht sagen. Der Kollege arbeitet gerade dran, baut noch einiges um, beziehungsweise behebt noch ein paar Anzeigefehler, beziehungsweise URLs, weil sich da viel geändert hat. Ich möchte mich nicht festlegen, wann sie kommt. Das kann ich nicht sagen. Ich vermute aber in den nächsten Wochen, dass sie released wird, weil da, wie gesagt, viel auch für Kunden geändert wurde. Aber das nur mit ganz vielen Fragezeichen, weil ich da im Releaseplan nicht drin bin. Aber in den nächsten Wochen vermute ich schon, dass da was kommen wird, hoffe ich zumindest. Wo war ich? Genau. Und zwar, es gibt ein neues Modul für Isinger Web 2, nämlich ein Vs4-Modul. Damit kann ich mich nämlich an den Vs4-Client hängen, beziehungsweise an den EXXI-Client hängen und kann mir direkt aus dem VMware-System alle virtuellen Maschinen importieren. Und zwar, wenn die VMware-Tools installiert sind, IP-Adresse, Hostname und so weiter, kann man ja Check for Changes machen. Dann wird auch erkennen, dass ich Pending Changes habe, kann das Ganze auch importieren. Also, wie man es eben vom Director kennt, wenn man AD beispielsweise schon nutzt, etc. Dann kann ich mir das Ganze aus dem EXXI ziehen und kann dann darauf mal eine Sync-Rule aufmachen. Hier dürfte sich jetzt wahrscheinlich aber nichts geändert haben. Genau. Nothing changed. Wenn ich jetzt hier auf die Preview gehe, dann zeigt er mir das hoffentlich an. Ah ja, das ist so ein Punkt, Director 1.4. Also das sind jetzt mal so die Daten, die rauskommen aus dem ganzen ESXI. Die Daten zeigt er gerade nicht an. Aber hier würde ich jetzt zum Beispiel zu den einzelnen virtuellen Maschinen dann RAM, CPU, etc. sehen und kann die auch importieren. Man sieht es auch hier, das sind die virtuellen Maschinen, die gerade auf dem ESXI laufen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel hergehe, dieser Sales-Demo ist in der 2a, den können wir uns ja mal angucken. Weil der Import an sich, der funktioniert nämlich und dann habe ich hier irgendwo, hier ziehe das sich zum Beispiel schon das Linux-System einfach dann. Wenn ich jetzt mal auf Overview gehe, host, man hat ja gesehen beim Cube vorhin, dass er die Daten importiert auf jeden Fall. Dann müsst ihr hier, sehe ich jetzt auch den RAM 1024, dass die Guest-Tools installiert sind, wie viele CPU-Kerne das Teil hat und auf welchem ESXI-System das Ganze läuft. Das heißt, da zieht er sich alles aus dem ESXI über dieses Director-Modul und damit kann ich auch relativ schnell reagieren. Das heißt, wenn ich jetzt 10 virtuelle Maschinen hinzunehme einfach, dann kann ich einfach über Import und Syncrans, kann ich die auch gleich entsprechend deployen. Die IP-Adresse zieht er sich dann auch gleich. Wenn, wie gesagt, die Guest-Tools installiert sind von VMware, dann kriege ich das alles raus und kann damit auch gleich mal ein ganzheitliches Monitoring dann bauen und muss da letztlich nicht mehr dann manuell irgendwelche Systeme reinpacken. Wenn ich jetzt noch Tools wie Puppet beispielsweise noch mit drin habe, dann kann ich diese ganzen Daten natürlich noch ein bisschen erweitern dann, beziehungsweise aus der PuppetDB noch anreichern, einfach dann mit einer Merge. Prinzipiell kann ich hier schon mal diese Daten importieren. Und zu guter Letzt, was neu ist, und dann bin ich auch schon durch mit der Demo, und ich hoffe, das funktioniert jetzt, ich habe es nämlich nicht getestet, zumindest nicht auf dem System hier, was nämlich neu ist mit Director 1.4, was nämlich kommt, wenn ich einen Agent habe, dann habe ich hier unten ja immer diese Konfiguration für die Agents einfach dann. Das heißt, wer schon mal Agents installiert hat bei Isinga 2, der weiß, ich habe hier diesen Agent-Tab und habe hier für Linux und für Windows diese Kickstart-Skripte einfach, die es mir ermöglichen, einen Agent zu installieren, konfigurieren und so weiter. Und mit Director 1.4 gibt es eine kleine Neuerung, und zwar habe ich hier jetzt einen API-Key. Und mit diesem API-Key kann ich mit dem Windows-Kickstart-Skript, mit diesem PowerShell-Modul, kann ich komplett die Installation automatisieren. Und das sieht dann so aus, ich habe diesen API-Key, den brauche ich, den muss ich bei dem Modul einfach mit angeben als Key. Und dann habe ich hier unter Infrastructure-Self-Service-API habe ich dann Einstellungsmöglichkeiten noch. Den installieren wir mal nicht. Wie er sich den Namen holen soll, also so ein paar Parameter für das PowerShell-Modul, wo er sich die Packages installieren soll von Isinga 2 mit der Version, dass er das API-Directory flaschen soll, dass er Updates erlauben soll. Und hier habe ich dann mal so einen Aufruf einfach. Das heißt, ich rufe den Director mit dieser URL auf. Ich hoffe, man sieht es jetzt. Das ist, glaube ich, ein bisschen schlecht. Weiß auf grau. Ich habe die Director-URL hier. Ich habe meinen Authority-Token einfach dann, den ich beim Template gesetzt habe. Und ich habe hier ein kleines JSON-Objekt, wo ich mir dann einfach die IP-Adresse lokal ziehe und einfach den Display-Name. Und wenn ich das Ganze jetzt ausführe, dann hoffe ich, dass er jetzt den Agent installiert und alles sauber funktioniert. Ich drücke die Daumen. Ich hoffe, es geht. So. Das sind jetzt alle Parameter, die er angibt. Und er kommuniziert jetzt mit dem Isinga-Director einfach und holt sich die komplette Konfiguration, die er für diesen Host braucht. Und er ist auch schon fertig, wie man sieht. Das heißt, NS-Client hat er nicht installiert. Könnte ich noch angeben, dass er den mit installieren soll. Das können wir auch gleich nochmal machen. Jetzt, wenn ich hierher gehe, Activity-Log, dann sehe ich hier, er hat einen neuen Host erstellt und hat hier jetzt den Isinga-Agent importiert, er hat ihm die IP-Adresse verpasst, den Display-Namen gesetzt und, und, und. Kann das Ganze auch deployen. Halt, Deployments, Render-Config. Und jetzt, wenn ich hier auf Overview gehe, Host, dann müsste ich hier unten, äh, wo ist er? Töne. Bin ich blind? Wo ist er dann? Business-Process-Host, Deployments, Render-Call, Achso, hier, ich muss hier noch drauf drücken, auf Deploy. Auf Deploy klicken ist hilfreich, so auf Host, und jetzt müsst ihr ihn hier haben eigentlich. Genau, hier ist er auch schon. So. Jetzt hier erstmal Check-Load, Check-Ping, das heißt, ich habe jetzt hier keine Service-Checks hinterlegt, beziehungsweise keine sauberen Templates für, äh, für Windows hinterlegt dann einfach, weil ich das alles ein bisschen umgebaut habe. Aber jetzt habe ich zumindest relativ einfach den Agent installiert und kann damit eben so einen Automatismus einfach dann schaffen. Er kann auf Windows-Systemen relativ einfach das Ganze deployen. Ich muss nur mit dem Director sprechen können, ich muss ihm hier einen API-Token mitgeben und gegebenenfalls so ein JSON-Objekt einfach, wo sich die IP-Adresse alles dann rauszieht. Und jetzt kann ich auch hergehen und kann sagen, ähm, mich interessiert jetzt beispielsweise nicht die 2.6.3, ich möchte Version 2.6.2 haben und den NS-Client, das ist ein Anzeigefehler, glaube ich, den soll er mit installieren. Wenn ich das Ganze jetzt nochmal ausführe einfach, dann fängt jetzt auch an die 2.6.2 zu installieren. Das heißt, ich ändere alles nur direkt im Singer-Director dann ab und führe das hier einfach dann aus, kann das über PowerShell Remote Execution machen, beziehungsweise über AD-Policies dann, und muss da keine hunderte von Argumenten mehr angeben. Dann jetzt installiert auch gleich noch den NS-Client dann mit. Das heißt, dann kann ich auch gleich noch das, was man mit dem NS-Client macht, Event-Log zum Beispiel prüfen, Performance-Counter prüfen, etc. Kann ich auch machen. Startet Isinger 2 neu. Fertig. Und so kann ich das relativ fixer machen. Geht mit Director Version 1.4, ist das reingekommen mit der Self-Service API, kann ich damit sprechen und kann auf Windows-Systemen relativ fix dann, wie gesagt, alles ausrollen. Sowohl die komplette Konfiguration, als auch eben dann Zertifikate, etc. Und auch das Thema Update-Management gleich mitmachen. Hier werden vermutlich noch ein, zwei Argumente mit reinkommen, dann von der Konfiguration her. Aber ansonsten kann ich damit sehr, sehr viel automatisieren, automatisieren einfach dann. Und das Ganze ist auch sicher, weil diese Keys einfach dann, es gibt noch einen Host-Key einfach dann, die dann unique sind. Das heißt, ich umgehe da keine Berechtigungs-Layer oder sonst was, sondern es ist einfach eine andere Art der Authentifizierung, die dann entsprechend ein Key, dass ich auf die Self-Service API an sich komme und ein Key dann, um ein Host-Objekt abzufragen. Wenn ich den Key nicht habe, beziehungsweise irgendwas schiefgelaufen ist, dann komme ich auch nicht drauf. Das heißt, das ist wie gesagt nur für das Thema Installation und Deployment dann. Und dann sieht man auch schon, ich weiß gar nicht, die Firewall-Rule dürfte mich, glaube ich, nicht durchlassen, dass ich hinkomme dann. Das könnte ich jetzt aber auch noch machen, wenn ich das Argument wüsste. Moment. Agent-Add-Firewall-Rule. Dann kann er auch damit sprechen, letztlich dann installiert er auch gleich die Firewall-Rule mit. Hoffe ich zumindest. So. Genau. Port 5665, da lauscht er drauf, hat er die Firewall-Rule, hat er mit installiert dann. Und jetzt müsste er eigentlich dann, wenn der Agent startet, ist er schon da, dann kommt er jetzt auch durch und kann das Ganze auch auch pingen dann, beziehungsweise mit dem Agent sich verbinden. Gut, das war es jetzt erstmal zu der Demo an sich, beziehungsweise um einen Ausblick zu geben, was man mit Isinga eigentlich alles machen kann, beziehungsweise was der Director kann, wo es auch hingeht. Wenn jetzt noch Fragen sind, dann kann ich die gerne noch beantworten. Ansonsten wäre ich aber mit der Demo soweit dann durch, beziehungsweise mit der Vorstellung. Sollte einfach mal einen Ausblick geben, was kann man eigentlich mit Isinga machen, beziehungsweise welche Integrationsmöglichkeiten gibt es und wie kann man eben Ansichten etc. bauen. Das ist ja auch mal ganz spannend, dass man hier einfach mal einen Überblick bekommt, dass man auch mal sagen kann, Isinga kann sich mit anderen Systemen verständigen, kann sich andere Informationen holen aus Systemen. Wie gesagt, ich kann nicht nur ESXi anbinden, ich kann auch AWS beispielsweise anbinden, dann über den Director. Ich kann mir irgendeine CMDB, eine Datenbank, wie auch immer hernehmen oder irgendwelche anderen Importquellen, wo es vielleicht noch keine Module dafür gibt, wo man eine Module bauen könnte dann, um hier einfach alle Informationen dann bereitzustellen, beziehungsweise auch verfügbar zu machen, dass ich auch dann mit dem Cube mir relativ simpel Ansichten bauen kann und wirklich so eine komplette Übersicht dann habe, wie geht es meiner Umgebung, was habe ich für Möglichkeiten, beziehungsweise welche Systeme habe ich denn, mit welchen Betriebssystemen, Custom-Variablen, Apps und, und, und. Das kann man da sehr schön machen. Wo gibt es das PowerShell-Modul? Moment, es gibt es hier im Isinga-Space einfach. GitHub.com, Isinga, Isinga2, PowerShell-Modul, da kann man es sich dann runterladen, beziehungsweise einen Git-Pull machen, ist auch die aktuellste Version dann gleich direkt. Gibt es noch ein, kann ich die Grafana-Daten auch im Isinga anzeigen? Ja, Moment, das geht, Sekunde, wo war das, das ist Graphite, ach Moment, das habe ich nicht aktiviert, Moment, Modules, Grafana, ich habe sie sogar da, da muss man das Graphite-Modul deaktivieren, dann kann ich hier auch, also ist es nicht konfiguriert, jetzt, ich habe das bloß mal testweise reingenommen, wenn ich jetzt hier hergehe, dann sieht man hier, 5 Minuten, 30 Minuten, etc., hier wären jetzt Grafana-Daten, wenn es richtig konfiguriert wäre, das Ganze, ist es aber gerade nicht. Also ich kann mir auch über die, über ein Grafana-Modul, was es gibt, kann ich mir auch so Sachen integrieren, einfach dann, das gibt es irgendwo auf GitHub, das ist nicht offiziell von Isinga, aber es gibt ein Modul dafür, wo ich diese Graphen hier reinkriege, das muss man nur entsprechend konfigurieren, dann kann ich hier auch, wie gesagt, die Grafana-Graphen mir anzeigen dann, ist, ja, ist aber Geschmackssache, und ob ich die hier haben will, also hier anzeigen wir, ob ich einfach die Graphite-Daten damit reinnehme oder PNP. So, ich kann die URL jetzt leider nicht kopieren, das geht nicht, aber jemand war so nett, die URL mir dann, oder geht das? Moment, ja, geht. Hier gibt es das Grafana-Modul beispielsweise, Mikech.mp, hier kann man sich das Grafana-Modul runterladen, da ist auch die Doku drin, wie man das Ganze installiert, etc., wie das dann ausschaut, also so würde es dann ausschauen, wenn es eben richtig konfiguriert ist dann, dann hat man die entsprechenden Daten dann auch gleich im Issinger Web 2 drin. Vielen Dank für den Link. Dann hat man das hier gleich dann noch mit hinterlegt. Okay, wenn dann keine Fragen mehr sind, dann bedanke ich mich auf jeden Fall für die Teilnahme, für das Dabeisein und für die nächsten Webinare werde ich dann wieder Termine announcen. Das nächste Director-Webinar steht dann Ende Juli noch an, Teil 2, wo wir ein bisschen mehr auf Host, Services, Templates eingehen, beziehungsweise wie ich grundlegend mir Objekte baue und dann entsprechend auch auf Custom-Variablen dann Services applye. Dann das wird Inhalt von Teil 2 dann sein, kommt Ende Juli, muss ich noch auf die Webseite packen dann und ansonsten wird es noch viele andere Themen dann geben, wo ich jetzt so nach und nach mit den neuen Releases der Versionen dann auf Neuerungen eingehe, beziehungsweise auf die neuen Punkte. Ja, und dann sage ich vielen Dank nochmal fürs Dabeisein, für die Teilnahme und dann wünsche ich auf jeden Fall einen schönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Tschüss!